Wir haben eine Funktion f von x gegeben und einen unvollständigen Punkt a4-irgendwas und jetzt sollen wir eben sozusagen die y-Koordinate dieses Punktes bestimmen. Jetzt habe ich erst die Frage, wenn wir gleich mit dem Taschenrechner rechnen, was brauchen wir für eine Einstellung? Es geht hier um y, also um einen normalen Buchstaben. Das heißt, wir nutzen auf jeden Fall RAD. So, hier geht es ganz einfach. Also wir wollen ja den y-Wert erhalten, somit können wir hier f von 4 ermitteln. Das bedeutet, wir haben hier zweimal den Sinus von 4. Das geben wir natürlich in den Taschenrechner ein. Also erstmal umstellen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und zwar in RADIAN. Und dann zweimal Sinus von 4. Und das ergibt einen y-Wert von minus 1,514. Frage 5. Frage 5. Frage 6. Frage 5.